Willkommen zurück bei OpenSUSE Screencast. In diesem Video geht es um die Installation von PlasmaActive2 auf dem WeTab. Zuerst müssen wir unser Gerät vorbereiten. Dazu schließen wir den USB-Stick und das Ladegerät an. Mittels gleichzeitigen Drücken auf den Startknopf und die Sensortaste sollte vom USB-Stick gebootet werden. Die Starttaste wird einfach nach 3 Sekunden losgelassen. Jetzt sollte wie hier zu sehen vom USB-Stick gebootet werden. Ist dies nicht der Fall, einfach den Schritt wiederholen. Während das Installationssystem lädt, können wir weitere nützliche Dinge tun, wie zum Beispiel uns den Kaffee aufsetzen, da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Zur Installation ziehen wir einfach das Dropdown-Menü hier oben runter und drücken auf den Suche-Button. Jetzt geben wir live ein, was für Live-Installer steht, da der direkt automatisch gefunden wird über die Suche. Einfach live eintippen und dann auf den Button drücken. Nach einer weiteren, aber diesmal deutlich kürzeren Wartezeit werden wir mit einer Warnmeldung begrüßt. Diese bestätigen wir einfach mit Confirm und warten abermals. Die sich nach einiger Zeit öffnende Sprachauswahl gestaltet sich mit als Schwierigstes bei der Installation, solange man keine USB-Tastatur zur Hand hat. Denn mit größeren Fingern kommt es dazu, dass man statt Deutsch öfters mal andere Sprachen auswählt. Von daher sollte man hier entweder auf eine USB-Tastatur zurückgreifen oder etwas an Geduld mitbringen. Nachdem die Zeit-Einstellungen geladen haben, werden wir sie einfach nur bestätigen und fahren fort mit der Partionierung. Hier müssen wir eine neue erstellen, da die alte das WeTabOS überschreiben würde. Wir wollen jedoch beides gleichzeitig auf der Festplatte haben, sodass wir nachträglich noch auf das WeTabOS zugreifen können. Dafür drücken wir jetzt einfach auf Partitionsaufbau erstellen. Im nächsten Schritt müssen wir die Festplatte auswählen. Dafür wählen wir benutzerdefinierte Partionierung aus und bestätigen mit Weiter. Als nächstes öffnet sich eine Übersicht über alle verfügbaren Festplatten. Auch der USB-Stick ist hier gelistet. Anhand der Größe, ungefähr 30 GB, können wir erkennen, welche Festplatte die des WeTabs ist. Wir wählen diese Festplatte aus bzw. merken uns den Namen. SDB ist es hier. Jetzt öffnen wir links unter Festplatten SDB den Reiter und warten bis es geöffnet hat. Jetzt wählen wir Größe ändern. Sobald sich das Fenster öffnet, wählen wir der Einfachheit halber minimale Größe und bestätigen mit OK. Zurück in der Übersicht wählen wir unter Festplatten den übergeordneten Reiter SDB. Hier wählen wir die Schaltfläche hinzufügen. Im nächsten Schritt müssen wir die Art der Partition auswählen. Wir belassen es bei Primäre Partition und fahren mit Weiter fort. Jetzt wählen wir Größe der Partition maximale Größe aus und fahren erneut mit Weiter fort. Im nächsten Schritt müssen wir die Partition formatieren. Dafür wählen wir den Punkt Partition formatieren und wählen als Art EXT4. Mittels Beenden und im folgenden Fenster mit Übernehmen können wir die Einstellungen abschließen und so noch einmal überprüfen, ob auch alles so geändert werden soll, wie wir es wollen. Ist dies der Fall, klicken wir auf Weiter und fahren mit der Installation fort. Im nächsten Schritt müssen wir unseren Namen eingeben und uns ein Passwort wählen. Achtung, dieses Passwort sollte sicher sein, da es auch für den Systemadministrator benutzt wird. Haben wir keine USB-Tastatur zur Hand, können wir eine virtuelle Tastatur öffnen. Das machen wir, indem wir das Dropdown-Menü runterziehen und im Suchfenster einfach virtuelle Tastatur eingeben. Im letzten Schritt haben wir jetzt noch einmal die Möglichkeit, alles nochmal zu überprüfen und falls nötig zu ändern. Ist dies nicht der Fall, können wir die Installation starten. Dazu einfach die Warnmeldung akzeptieren und warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach der automatischen Konfiguration und dem Neustart des ReTabs ist das Plasma Active jetzt einsatzbereit. Es ist wesentlich schneller als vorher mit dem USB-Stick. Viel Spaß! Das war's! Das war's! Das war's!